Joooooo! Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, nein, kein neues Video, sondern einem neuen Projekt mit dem lieben Dr.Unterstrich.jo.ho. Hallo. Und ja, ihr seht vielleicht seine Ansicht gerade nicht, aber wir haben hier ein paar Kits gegeben, wo wir machen können. Entweder wir haben den Camper, den Ninja oder den Boni Schützen. Also ich weiß welches Kits ich auf jeden Fall wähle, weil ich bin einfach mit dem manchmal umschlagbar. Ich geh schon mal hoch auf meine Insel. Die Map ist höchst, persönlich von ihnen gebaut worden. Ich bin mal gespannt, wie gut ich gegen ihn kämpfen kann. Warum Kacke? Nein! Das ist mein ganzes Staat und die Kippen auf den Boden. Was ist? Mein ganzes Staat, der Kippen liegt jetzt auf den Boden. Neues holen. Du kannst doch auf alle in. Wenn du Material hast, kannst du auf alle in. Ja, aber ich fliege ja, die sterben ja dann auch, wenn ich da runter gehe. Ich nicht. Ich nicht. Das ist gut. Guck mal an deine Brücke hin. Ja, ich sehe es. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, das ist unentschieden. Ja, das ist unentschieden. Und es geht die ganze Zeit immer so weiter. Ich muss dich umbringen. Ich muss dich umbringen. Scheiße. Eine Runde kann ich mir noch machen. Ich hab glaube ich zwei Sachen in 대표ündung haben. Ich will diese Runde erst oben, äh, in der Fahrrad. Ja, mach mal auf Start. Was willst du? Ja, mach mal auf Start A. Ach ja. Okay, danke. Okay, danke. Auf geht's. Ich glaub, ich weiß, welches Kind du vorhin gewählt hast. Was bist du denn diese Runde? Was bist du? Ich hab Zeit am Anfang gesagt. Also bist du vielleicht... Warte, ich glaub, äh, Ninja? Weißt du warum ich das glaub? Weil ich es weiß. Kann ich nicht weinen. Warum bist du falsch? Weil ich jetzt schon wieder zu Mitte geht. Aber was? Soll ich dir die Chance, dass er... Also die Mitte ist? Kannst du vielfach was fliegen, ist es? Aber mich bitte nicht direkt kühlen. Nee, nee. Nein, ich bin nicht hier mit hinein. Aber ich bin gut unterwegs. Ich weiß schon, ich seh deine Ansicht. Ich hab irgendwo auf dem... Äh, auch mal einfach... Ich weiß nicht. Einfach mal so Gebäude rein. Ich weiß nicht. So. So. Ja. Ich bin jetzt gerade beeindruckt, wenn ihr auf dem... Du bist. Da! Entschuldigung! Ich bin jetzt noch auf dem... Ich geh mal auf dem... Milch aus der Decke raus. Ja! Ja! So. Ich bin jetzt wieder frei! Ich bin jetzt auf dem... Ja, du weißt schon, wir haben ein kleines Problemchen bei der Map. Was ist? Wir haben ein Problem bei der Map. Warum? Wenn man unten sich ein neues Kit aussuchen will, geht's nicht. Man stirbt. Das andere Kit kommt dann nicht. Ach, dann fangen sie wieder runter. Ja, aber das stirbt man. Was? Ich komme kurz zu dir. Ist gerade noch bei hier oben. Niklas? Was? Ja, suche ich gerade irgendwie mir ein anderes Kit zu holen, was aber nicht funktioniert. Komm, ich sterbe schon wieder. Geh nach unten. Ja, spring mal nach unten. Ja, spring doch mal nach unten. Ja, spring doch mal nach unten. Ich muss es runter, dass der Bett wird. Runter, runter. Ich mach es dir einfacher. Wenn du unten ankommst, einfach nur... Okay, ich mach mich bereit zum Dreck... Dreck... Iiiiihihi... Ich... Ne, ich hab jetzt zwei Runde. Wollen wir noch mal? Ja... Wie klar? Ja! Ich mach die Dinger unten. Aber warte, lass bitte so, dass jemand da unten ist, auch wirklich nicht so Qual, nicht so stark stirbt. Nein, ich mach die S-Bahn rum. Ja, mach doch was vor, doch. Eine Runde noch, ok? Ja. Und dann war's noch, wenn ihr heute? Du, als Camper spielst. An selben noch. Ich sag, dass was spielst du? Weiß ich noch nicht. Ah, Camper, weil die so pekel. Oh ja, das ist der Gatsch. Und sie war im Zivir hinten. Und sie war im Zivir-Spiel. Also die Zuschauer sehen auch grad meine Sicht. Ich was? Nein, sehen Sie nicht. Hä? Das war halt so aufwendig, das jetzt doch zu machen. Ja, warte, weil dein Lexus ist nicht. Ja, dann mach ich. Okay, hier nehm ich das. Dann nehm ich das. Dann nehm ich noch das. 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 Eigentlich so gut wie alles. Doch, nicht jedes Kipp neben Niklas? Hab ich auch nicht. Nein. Sicher? Ja, ok. Denk mal nach. Wenn ich das machen würde. Sonst würde ich ja sagen, dann nehm ich noch von diesem Kipp, dann nehm ich noch das Kipp und so. Hab ich aber nicht. So, passt. Ich bin grad noch auf meinem Näppchen. Hä? AKA! Bin auf meiner Insel! Hey, was bist du? Sag ich dir doch nicht. Ich sag, du bist ein Bursch. Du Bursch hast nur den Kelk aus. Hecker. Hä? Stinkt nicht. Ja. Ja. Es geht doch. Fünferhitz. Mach's aus der Wolke raus. Ich muss nur noch um die Dinge gehen, weil ich jetzt... Es kommt. Auf dem Marsch. Ist doch. Es dauert immer so. Vor allem, wenn du eigentlich lang kommst. Wenn dann nicht. Aber ich hör gar nichts. Ich weiß nicht, wie das geht. Hast du grad C4 benutzt? Okay. Jetzt muss ich abgehen. Jetzt geht's Action. Jetzt brauch ich aber richtige Power. Boah. Ich hätte vielleicht das hier drücken schon davor. Ich hätte vielleicht das hier drücken schon davor. Du bist runtergefallen? Yep. Yep. Oh, wie guck mal. Oh, jo. Oh, schön in der Mitte. Ist mir egal. Schwupps. Schwupps. Die Polizei ist da. Okay, das funktioniert halbwegs. So wie ich's mir gedacht hab. Was? Was? Hast du denn den Kind? Nein! Nein! Niklas? Was? Was? Wollen wir die Runde wenden? Nein! 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 Nina! Niklas? Ich hab noch eine Runde. Ja! Ich hab noch eine Runde. Wir hören, was es war. Warte... Kälber! Ich hab... Du warst Kälber! Ja, ich hab genau diesen einen Punkt äh... kaputt gemacht. Und das ganze Ding hält. Ich hab's kurz den... Ich fand's so witzig. Du stehst da so. Jetzt werden wir mal gucken. Das... Ah! Ich glaub ich weiß den Titel schon. Verrückter Mitspieler rastet aus. Bin ich der Verrückte oder du? Du. Was? Feilerzack. Ja, genau das sagt meine Mutter mal Schmauch. Niklas, du bist auf Youtube. Was? Ich lasse immer mal nicht eine Chance an die Idee. Ich wollte nicht. Ich lasse mal rein. Die Idee sie das sehen. Nie kauf mir die Idee. Ich lasse mal ein. Nein, ich lasse mal hin. �i. Ka-bumm. Zu der Mitte? Vielleicht. Was hast du denn für Waffen gefunden? Nein, geht so. Ist mir egal, ich gönne sie dir. Die Waffe ist überschritten. Du hast einmal an mich gerastet. Gerast, ich hab nur... Hör mal meine Autoskopf. Soll ich dir was sagen? Was? Bringt tut's dir eigentlich so ja gar nichts. Fock, 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 fock. Fock, 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 fock. Och, ei. Leck dich zu sein. Versuch das doch, mach ei. Tschüss. Oh, bruh. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin aber ein Kämpfer. Ich hab das Kämpferkind, Alter. Ne, das Bogenschütze. Ja, ich hab Bogenschütze. Könnt ihr sich jetzt einfach so richtig passieren? Das ist ja falsch. Aka Eidler, ich weiß auch nicht, wo du bist. Komm doch. Wo bist du denn? Denkst du, ich sag das dir? Ja. Wenn du klug bist, wüsstest du's. Ja, das wir müssen. Jetzt! Hat dich erwischt? Hat dich erwischt? Nein. Alter! Richtig knapp. Ich hab das halt immer so viel Zeit für mein Trick, weil wir selbst innen sind. Ich hab viel Zeit, Katzen. Scheiße! Ehrlich, kann ich jetzt ein bisschen trainieren? Was? Ich hab gerade so einen guten Spieler wegen mir noch hier. Jo, lass jetzt erstmal Frieden. Wir schießen uns jetzt erstmal nicht ab. Ja, okay. Jeder braucht halt ein bisschen... Wir dürfen in die... Jetzt in die Mitte um ein bisschen Holz oder Baumaterials formen, okay? Das hat man, glaub ich, nicht nur auf seiner eigenen. Man weiß halt nie, was man bauen will. Warum? Ich hab doch nicht bauen müssen. Ich brauch eigentlich nur einen Bunker. Wieder raus in der Zimmer. Das gewollt. Was? Das gewollt. Warum? Soll ich's machen? Ich hab's zweimal runter. Jo. Nein. Da. Ich hab kein Lusen mehr. Scheiße. Äh... 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 Der hat auch... Wird bei dir geschossen, ne? Ja, ich wusste ja nicht, dass du da drinne bist. Ja, ich wusste ja nicht, dass du da drinne bist. Wo soll ich das denn wissen, ne? Was soll ich denn wissen, ne? Weil... Wirklich? Guck nachher das Video. Mann, du siehst am Anfang dich gar nicht mal. Ich vergrüße jetzt erst mal meine Insel. Ich bin gespannt, wie lange du brauchst. Neh, was... Ich hab' mit deinen Insel zu. Oh, das ist grad fast geworden, Alter. Echt jetzt? Ja, hätte ich jetzt keine Materialien dabei gehabt. Wo ist das denn? Oh, hier ist noch Stalingut. Hier ist noch Stalingut. Findest du, dass du das gemacht hast, mach ich einfach ab? Ja, komm... Hallo! Komm mal ganz nach oben! Bist du auf der Lüse? Ja. Bin ich. Wohnt sie? Warum? Ja. Bist du auf meiner oder auf deiner Insel? Ich bin auf einer anderen Insel. Eine andere? Ja. Irgend Equipment und so. Bist du gerade in der Mitte? Was? Ich bin nicht in der Mitte, nein. Warum? Ich bin in der Mitte, nein. Warum? Warum fragst du? Was? Weil die jetzt kaputt geht. Warum geht die jetzt kaputt? Weil sie es kaputt macht. Ganze Holz lässt sich normalerweise eigentlich für selbst kaputt. Dichste! Ich bin nicht in der Mitte. 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 Bringt sich das selber rum. Ja, 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 ja. Ich bin für dich in den Zoll gesprungen. Du hast aber noch ein Leben. Komm schon. Ich hatte noch ein Kind. Ich hatte noch ein einziges Kind, was ich nehmen kann. Damit muss ich jetzt gewinnen. Ich habe noch 50 Leben. Wie hast du mir 100 Tagen? Ich habe einfach die ganze Zeit mit dem Bogen drauf geschossen. Also von dem her? Ja. Ich habe noch eine andere. Hoch. Ich habe keine Markei heute. Ha! Jetzt gibt es Ärger. Und es kommt noch stärker. Wo ist eigentlich die Hauptstadt von der Insel? Die Hauptstadt ist jetzt kaputt. Ah, gut, seh ich nämlich grad. Die muss man neu bauen, wenn man da sind. Ich glaub, das kann... Warte. Warum ist diese eine Insel da unten? Deine Nachbarinsel. Nicht ich, sondern die andere. Ja, was ist denn damit? Ist ja nur die Frage, welche du meinst! Du hast nur zwei Nachbarinseln. Ich, auf denen du grad es weißt. Niklas, wie viel Leben hast du? 100. Warum? 33, oder? Wo bist du? Und ja, das war's noch mit diesem Video. Es war eine heftige Folge. Bis zum nächsten Mal. Hau dran und vergesst nicht zu abonnieren. Und die Glocke zu aktivieren. Um nicht mehr zu fassen. Und ein Teil der Creeper Army zu sein. Und ich seh dich im nächsten Video mit Giorgio. Und jo, möchtest du noch jemanden grüßen? Da bin ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird jetzt der Men StyleXD gegrüßt. Und ich fliege grad runter. Und ja, ich finde das war's noch. Nicht vergessen zu abonnieren. Unten cooler Kommentar runter zu schreiben. Und ja, bis bald. Und ciao. Ciao.